Ich werde das Kriegsbeil nicht begraben Denn dieser Krieg ist noch lange nicht vorbei Und ich fürchte fast, es wird noch ewig lang so weitergehen Doch solange du bei mir bist, mein Schatz, werden wir alles überstehen Viele Freunde sind gegangen, neue sind gekommen Doch du warst immer hier bei mir Du bist das Balzer meiner Seele Und eben wegen dir steh ich jetzt noch hier Aber nee, ich brauch kein Trostpflaster Und auch kein Mitleid von euch Ich bin alles andere als hilflos oder harmlos Pass auf, ich lass es krachen Dieses Lied ist wirklich alles Noch nicht der Schluss, nein, nicht das Ende Pass auf, ich lass es krachen Dieses Lied ist wirklich alles Noch nicht der Schluss, noch nicht das Ende Ich werde keine Träne weinen Vielleicht mal ab und dann, doch dann auch nur vor Glück Ich hör die Leute wieder reden Der war ja schon immer komisch, aber jetzt ist er verrückt Und ich glaub nicht an die Ewigkeit Doch das hier ist für immer Und den Trick zum Überleben kennt wohl keiner so genau Und das hier, das ist meiner Ich schenk ihn jedem, der ihn braucht Und ich brauch kein Trostpflaster Und auch kein Mitleid Von euch Denn ich bin alles andere als hilflos oder harmlos Pass auf, ich lass es krachen Und dieses Lied ist wirklich alles Noch nicht der Schluss, nein, nicht das Ende Pass auf, ich lass es krachen Und dieses Lied ist wirklich alles Noch nicht der Schluss, nein, nicht das Ende Pass auf, ich lass es krachen Und dieses Lied ist wirklich alles Noch nicht der Schluss, nein, nicht das Ende Pass auf, ich lass es krachen Und dieses Lied ist wirklich alles Nur einmal wieder So wie früher Um die Häuser ziehen Und mein Leben spüren Doch diese Stadt geht nicht viel her Vielleicht liegt's auch an mir Doch unsere Straßen bleiben leer Hallo ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt Wenn's euch gefallen hat Dann gebt uns doch ein Like Abonniert den Kanal und drückt die Glocke Lasst gerne mal einen Kommentar da Gerne auch mit einem Songwunsch Nächste Woche Dienstag um 18 Uhr Gibt es einen neuen Coversong von mir In der Zwischenzeit könnt ihr gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen Und dann sehen wir uns nächste Woche Dienstag um 18 Uhr Ciao, euer Phil